Grüß Euch! Ich habe heute eine Nachricht bekommen, die mir doch etwas alarmiert hat und ich möchte Euch das gleich weitergeben. Eine Bekannte, die ich schon sehr lang kenne und wo ich ganz genau weiß, dass sie vertrauen kann, hat mir am Telefon erzählt, dass ihre Tochter in der Früh nach dem Aufwachen bemerkt hat, dass da ein fremder Gedanke in ihrem Kopf aufgetaucht ist. Das ist ein Satz, der immer wiederholt wird, der ist ganz stark und eindringlich. Dieses zehnjährige Mädchen ist natürlich total erschrocken, da ist ein fremder Gedanke im Kopf. Aber das Kind war so wach, dass sie sofort erkannt hat, dass das nicht ihrer war. Und es war auch keine Stimme, sondern wirklich ein Gedanke. Und der hat gelautet, Ich bin bereit, mich impfen zu lassen. Ich bin bereit, mich impfen zu lassen. Ich bin bereit, mich impfen zu lassen. Mit der Allmacht von Gott, Papa und Mama haben sie diesen Dreck dann wieder zurückgezogen. Und die Hitze und die fremden Gedanken sind schon wieder weg. Und dem Kind geht es auch wieder gut. Und ich erzähle euch das mit ihrer Erlaubnis, damit wir alle wissen, was gerade läuft. Und der Satz, pass gut auf dich auf, bekommt jetzt nur eine ganz andere Bedeutung. Alles Liebe und nochmal, passt gut auf euch auf.